Der Heilige Geist 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 Wenn die Eltern etwas Fehler gemacht haben, dann die Eltern nicht gesagt, die Kinder kommen zu Eltern. Wenn die Eltern etwas falsch machen müssen, dann muss man das geben. Warum macht ihr das nicht? Meine Schwestern und meine Brüder sollen diese Wörter nicht unterschätzen. Wenn man hört, dann wird man wirklich im Herz hineingeh. Ich habe einen Brüder, der ungläubig ist und er ist auch frech. Ich habe einen Brüder, den ich in die Schwestern und er hat viele Jahre vor mir. Ich kann ihn nicht lernen, denn ich bin der Jüngste Brüder in der Familie. Wenn ich an Zeugnis erzähle, dann wird er auch nicht zuhören. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe ihn eingeladen für einen Aufflug auf dem Berg für eine Nacht und zwei Tage. Aber er muss mit mir fahren. Ich muss mit mir fahren. In meinem Auto, ich muss fahren. Ich bin derjenige, der Tab oder CD-Kontrollieren muss. nach diesem Aufflug ist er gläubig geworden. Wenn ihr so lange gehört von diesem Predigt, dann hat er gelaufen bekommen. Wenn ihr diese Predigt, also euch Schatten, wird wundet geben in eure Familie. Und die Leute die nächsten zu euch werden auch gerettet. Bitte benutze alle Technologie Wenn ich so viel Zeit und meine Kraft investiert für diese Predigt zu produzieren, ihr solltet diese auch so viel wie möglich benutzen. Ihr müsst gar nicht bezahlen. Gratis. Ihr könnt jede Zeit auch zuhören. Ich möchte euch ermutigen. Während der Kuchen, diese Predigt zuhören, anstatt von unsinn überlegen. Ich habe viele verschiedene Predigt. Ich habe viele verschiedene Predigt. Predigt für die Familie. Und auch für die Pastor. Und auch für die Gläubiger. Und auch für die Gläubiger. Ihr könnt auch zuhören. Wir nutzen das. Wir nutzen das. Ab so viel при ab zuhören. Ab sie zuhören. Ab dann. Wer wird mich noch in September sehen? Danke. Ich möchte das so weiter Predigen. Und wieder. Heute Morgen, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, wenn man ein Mitglied in einer Gemeinde ist. Wir sind scharf Gottes. Gott will nicht alle Böse Tiere oder Satan unser Leben zerstören. Darum müssen wir in der Gruppe bleiben. Damit uns beschützen werden. Hat auch die Leute, die für uns darum bitten. Also während der Sitzung, ich habe auch für eine Tochter gebetet. Wenn jemand in der Gemeinde ist, wenn man weiß, dass alle Probleme sind, dann wird jemand geben für euch oder für dich. Wenn jemand in der Gemeinde ist, dann wird jemand geben für euch oder für dich. Dann wird man ganz allein mit allen Problemen konfrontieren. Was ich beobachtet in meiner Gemeinde in der Sitzung, wenn jemand in der Gemeinde ist, dann wird jemand in der Gemeinde sein. Wir haben hier eine Gruppe, wie die Jugendliche Gruppe. Die Gruppe für die Thailander. Oder die Kineser. Oder die Indoneseer. Oder die Indoneseer. Oder die Hausfrauen. Oder die Familie. Wir haben hier in der Vergangenheit. Wir haben hier ein paar Gründe, oder die Kindergarten. Oder die Lebensstil. Wir haben hier alle andere Gruppen. Wir werden die Menschen mit feuern oder den Lebensstil. Sie kommen sich zusammen und ich habe noch eines beobachtet, was passiert, was geschieht in meiner Gemeinde. Wenn wir uns gegenseitig beten, Gott hat wirklich oft geantwortet. Geantwortet. Gott respekt wenn man zusammenkommen und sich lieben. Vorher wir haben gesungen, dass man sollte einig sein und sich lieben. Ich habe wirklich Träne verloren. Ich habe wirklich Herz Gottes wirklich berührt. Dass er wirklich will, dass wir, dass seine Kinder sich lieben und einig sind. Nog zack, dass wir zusammenkommen und wir werden beschützt. Nog zack, wir sind immer noch wie Baby im Geist. Wir sind noch nicht erwachsen. Oder wir können noch nicht wissen, wie man Gott dienen. Wir werden immer wieder weinen wie Baby im Geist. Nog ein Grund in Ephesus. Nog ein Grund in Ephesus. Nog ein Grund in Ephesus. Also, die Herr, den Propheten. Die Propheten, die St. Evangelisten, die Pfarsteher. Und die Pfarrsteher. Und die Pfarrsteher, das Verkarte. Und die Pfarrsteher, die Pfarrsteher. Und die Pfarrsteher. Und die Pfarrsteher, der Lehrer. Für uns steht in Epheser 4, 13 und 14, bis wir alle zur Einheit des Kläubens und der Erkenntnis des Sonnen Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe der Christus, damit wir nicht mehr unmündiger sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wer sind Eltern hier in diesem Raum? Habt ihr gemerkt, wenn eure Kinder so klein sind, keine Kinder bis zu Jugendlichen, sie machen viele Fehler, oder dass sie sich über so klein sind? Oder dass sie sich als Kind um so klein sind? Oder sie kam zu ihrem Beispiel aber sie meinen, sie wissen genug oder ich bin vielführend, und sie macht plein Probleme, und als Kind ist, dass sie einem 6-7-8-6-7-8 circulieren können, Wenn Sie als Kind sind und Sie selbst sind, Sie merken sich selbst, wenn Sie eigene Kinder haben, ich war auch so ein Gesang. Wir reden von natürlicher Kindern, von 5, von 7, 10 oder 12 Jahren. Sie sind noch Kindern. Sie sind noch 40 Jahre alt und es sind noch Kindern, aber noch 74 Jahre alt und Sie werden nicht so sehr süß, dass Unternehmen noch 50 Jahre alt. Sie sind noch 40 Jahre alt und Ihreninaire Kind als Kind. Sie sind noch 40 Jahre alt undékart und scal говорят, dass meine Kinder noch Ihr Leben schümmen. Sie werden noch 50 Jahre alt und lebensl Tabern, wenn sie mich einfach nicht über чист . 55 Jahre alt ist immer noch so Egoistisch. 60 Jahre alt immer noch Foul. Das ist die Schwachheit und nicht wachsen im Geist. Haben Sie gemerkt? Kleine Kinder können nicht Auto fahren. In Amerika muss man warten, bis man 16 Jahre alt ist. Pastor Rindar sagt, dass er 16 Jahre alt ist. Pastor Rindar sagt, dass er 16 Jahre alt ist. Pastor Rindar sagt, dass er 16 Jahre alt ist. Wir haben natürlich gemerkt, dass wir ein Kind geben. Wenn wir ein Kind geben können, dann kann man etwas passieren, dass jemand einfach erschossen ist. In gleiche Beispiel. Wenn wir Christen sind, wenn wir nicht gelät oder ermahnt hat von jemandem, wenn wir keine Geistliche Eltern haben, und uns lernen, und wir zeigen das richtige Weg mit Gott. Und wir zeigen uns, und wir lernen und ermahnen, und uns praktisieren, wenn wir 20 Jahre alt sind. Wir sind immer noch Baby im Geist. Wir wissen immer noch, wie man diese Waffe, wie man die Gewehr benutzt. Wir wissen immer noch, wie man diese Waffe, wie man die Gewehr benutzt. Wir können auch nicht die Schwach von Gott benutzen. weil wir als Kind immer noch immer noch, wie ein Baby im Geist. Wir können auch andere auch nicht helfen, dass sie zu einer Rettung kommen. Auf der Hand geben was nicht foolish. Wir können auch nichtpot policier souvenirs ohne sw Child. Wir können auch nicht Anbietung so jemanden Vorv 92. Wir können auch nicht... dass diese Worte nicht lernen. Wir können auch nicht die Unges satu-vertretung... Wir werden dir einen mình, wir werden in der Gegenwehr nicht tolles sein. Wir können auch keine Kompr Shark haben, Sie sind sowieso wir nie wachsen. Und manche Gemeinde hat nur eine religiöse Ceremonie gegeben. Wir wurden nicht trainiert, dass wir stärker werden sein. Man kann 20 Jahre oder 30 Jahre in der Kirche gehen, aber bleibt immer noch Baby im Geist. Sie werden nie aufwachsen. Sie werden immer noch Dummheit und Unsinn aufwachsen. Die Menschen, die nicht in der Kirche sehen, sehen, dass sie die Arbeit, dass sie das Christen sind. Und die Gläubige, die mitarbeitet, zum Beispiel, wird dieses Leben schauen und einfach den Kopf schütten. Oh, dieses Leben von einem Christen. Und diese Christen können andere nicht aufwachsen. Und die Gläubige, die auch nicht helfen können. Und dann sehen wir, dass sie die Arbeit, dass sie nicht mehr als Christen sind. Nicht nur das, wenn sie unser Christen sehen, sie sagen, oh, es ist ein Christen oder Gott zu kommen. Nein, das ist nicht. Aber wenn man in eine Gemeinde kommt, die Gemeinde, die Geistliche Eltern hat, die Eltern haben die Eltern, die Eltern haben Pflicht, diese Leute zu lernen, dass sie aufwachsen. Und sie werden auch immer wieder aufwachsen. Diese Menschen werden mit der Heilige Geist richtig geglaubt. Und mehr leben. Und mehr weisheit. Und auch mehr weisheit. Und schnell reagiert mit der Heilige Geist. Und lebe im Sieg. Und lebe im Sieg. Und Sie werden im Sieg leben. in dieser Welt. Es ist genau so, dass wir ein klei Kind fünf Jahre alt alleine auf der Straße gehen lassen. Es gibt so viele Christen, die noch ein Baby im Geist sind. Wir können sie nicht alleine lassen. Darum denke ich, oder glaube ich, wir sollten nicht in eine Gemeinde gehen, die Gemeinde, die uns nicht trainiert, oder ob es lehren. In einer Gemeinde, es sollte eine Person, Gottes Wörter oder Bibel lehren und uns auch ermahnen, wenn wir Fehler machen. Damit wir im Geist wachsen. und uns auch, dass wir nur aufwachsen sind. Wir haben einen Film über Gang-Fu und Gang-Fu gesehen. und Gang-Fu-Fighting gesehen. Gang-Fu-Fighting gesehen. Das ist ein Kampf für Gang-Fu. Gang-Fu-Kinesische. Eine Person, die ein Mann mit Gang-Fu lernen muss, eine ganz gute Lehre suchen. Der Lehre wird lernen, wie man boxt, wie man mit Schwerd benutzen, damit man mit dem Böse kämpfen kann. in der Kierke, in der Kierke, dass man im Geist wachsen werden. Man wird auch trainiert, zu werden. Dass ihr gut kämpfen könnt. Wenn Böse kommt, ihr könnt nur so blasen. Wenn Böse kommt, ihr könnt nur so blasen. Wenn ein Problem ist, zu gehen, wie man hier ist, was ihr nicht rechtes? Aber keine Böse kommt. Ich würde nichts tun. also weil mir das bezügliche, in der Kierke.- in einer Atuellkübel-Kübel. Also weil man die Homs glännt, das war eine Schlapp nicht möglich. In der Schlapp zum Geist, dass ihr in der Kierke gelt könnt. und fange mit der Kierke. Nachdem ein Geist, wenn ihr euch lernen könnt, Wir kämpfen als Boxing. Wie man im Geist kämpfen kann. Wie man kickt. Wenn problem in ihrem Leben aufsteigt. Ihr wurde trainiert wie man im Geist kämpfen kann. Ein grosses Problem ist, dass es so klein ist. Ihr könnt nur mit dieser Finger so machen. Und wiederholfen. Wenn Sie wissen, was ich von 30 Jahren gemacht habe? Ich glaube, jeder von euch hat gleich Probleme. Ich denke, in dieser Welt jeder hat fast gleich Probleme. Für diejenigen, die als Baby im Geist ist. Und man weiß noch nicht, wie man kämpft. Und man weiß, wie man kämpft. Und man weiß, wie man kämpft. Man kann gut kämpfen. Man kann gut kämpfen. Eigentlich ist es gleich Probleme. Und man weiß, wie ein Mensch im Geist. Also, wie man sieht. Und wenn man sieht, dass die Menschen mit einem kleinen Problem haben. Mas wenn man sieht, dass die Menschen ein wenigstens. Und wenn man sieht, dass diese Menschen so klein ist, Ich wünsche mir, dass alle meine Mitglieder so sein, im Geist aufwachsen. Und stark. Und weiß wie man kämpft. Meine Brüder und Schwester, ich möchte noch sagen, ich kämpfe nicht nur für euch selbst. Manchmal muss man für sich kämpfen. Wenn Probleme kommt, müssen wir kämpfen. Aber wenn ihr stark seid, ihr könnt auch für eure Ehemann oder Ehemann oder Ehemann kämpfen. Ihr könnt auch für eure Ehemann kämpfen. Für eure Kinder. Für eure Mitglieder in der Gemeinde. Für die anderen auch kämpfen. Wenn jemand etwas mehr angriffen wird, wenn jemand etwas mehr angriffen wird, sie muss nicht allein kämpfen. Ich bin Bruce Lee im Geist. Ich wünsche mir, dass alle meine Geschwister so gut kämpfen im Geist. Und wenn ihr wissen, wie ich meine Gemeinde leite, wenn ihr gut schaut. und wie ihr leben mit Gott leite. Ich nehme es sehr ernst. Ich nehme es sehr ernst. Wie ihr lebt und wie ihr leben mit Gott leite. Wenn ihr in der Kirche kommt am Sonntag, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe eine Serie in der Thailandischen Serie. Wer hat schon mal gesehen? Das ist ein Schauspieler. James Ma. Das ist ein Schauspieler. James Ma. Ich habe es nicht. Aber wenn ihr diese Schwerf bekommen, muss man wissen, wie man vorbereitet und kämpfen bei uns. Muss man zuerst tanzen kann. Wenn ich diese Schwerf bekommen habe, ich habe gesagt, ich muss so eine Lehrer sein, wie im Film, dass dieser Mann so lernen. Ich möchte, dass ihr aufwachsen und kämpfen im Krieg. Gott liebt euch. Ich möchte, dass ihr aufwachsen seht. Sie haben täglich im Leben. Ich habe meine Schwerfbeiseite. Ich sage es, dass der Mann und Einwesen ist ein Schwerfbeiseite. Ich habe nichts dagegen, wenn man gute Kinder hat. Es ist gut, wenn man gute Progrämmen hat, aber was wichtig ist, muss man stärker Eltern im Geist haben. Wenn die Progrämmen sind, dann gibt es keine Progrämmen. Wenn die Progrämmen sind, dann gibt es keine Progrämmen. Als Anfang unserer Gemeinde haben wir keine Progrämmen. Aber wir als Stärker Eltern, unsere Kinder sind auch stark. Was wichtig ist für die Kinder, nicht solche Progrämmen oder solche Planen, sondern Eltern, die stark sind. Die Kinder in die Kirche gehen und sie benutzen nur eine Stunde für dieses Progrämmen. Aber sie benutzen oder verbringen Zeit mit Eltern 140 Stunden in der Woche. Wenn die Kinder in die Kirche sind, dann wissen Sie, wie Ihr Leben ist. Wenn die Kinder in die Kirche sind, dann wissen Sie, wie Ihr Leben ist. Oder wie Sie mit Problemen haben oder wie Sie glauben sind. Und Sie lernen von euch. Wenn die Kinder in die Kirche sind, dann müssen wir die Progrämmen. Ich muss die Kinder in die Kirche sein. Natürlich, ich habe nicht dagegen mit dem Kinder-Progrämmen. Jeder Gemeinde muss das Progrämmen immer entwickeln. Aber es ist sehr wichtig, dass die Kinder in die Kirche sind. Und es ist wichtig, dass jeder Eltern auch im Geist stark werden. Und es gibt mehr Leib und mehr Leib. Und Sie wissen von der Kirche. Die Kirche sind mit dem Geistfreundlichen Geburt, und Sie leben im Reinigkeits. Und die Kinder in die Kirche erwarten, Eure Tat, kann die Kinder besser lernen, was ihr spricht. Darum, was wichtig ist, oder wie wichtig ist, dass man in richtige Gemeinde geht. Solange ich und meine Frau, Arjandra, in dieser Welt noch leben, bevor Gott mich einfach mitnehmen wie Enoch, wenn Gott uns nicht so nimmt, ich werde 120 Jahre leben, ihr müsst mich noch mal 110 Mal sehen. Das heißt, ich und meine Frau, es werden euch nicht verlassen und euch weiterlehren. Damit ihr abwachsen und immer stärker, stärker im Geist als Sondat. Ich schaue sehr gerne Gang-Fu-Film. Ich habe einen Film von Ip Man. Ich habe einen Film von Ip Man. Ip Man. Ip Man ist ein Lehrerin von Bruce Lee. Ip Man ist so großartig. Ip Man kann so gut boxen. Ich habe einen Engländen, um zu sehen, wie ein Engländer ist. Es ist so großartig als ihr. Es ist alles sehr großartig. Diese Engländische Boxer kann so gut kämpfen. Also, wenn man ist Kineser, auf dem Burnett, wenn man so klein wie ich. Am Schluss, diese Engländische Kämpfer wurde besiegt. Und noch mit einer Japanischen Boxer. Er ist auch groß und er ist Karate-Kämpfer. Wenn man ist Kinesischer Boxer, nur ein Mal so hart und er ist fertig. Wir müssen so eine Kämpfer sein. Wenn man so viele Feinde kommt, wenn man 20 Menschen kämpft, wenn man so viele Feinde kommt und er ist fertig. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Mitglieder so sein werden. Ich bin Sondat, Ich bin Geistliche Sondat. Ich bin Geistliche Sondat. Ich bin Geistliche Sondat. Hebräer 13.17. Ich bin Geistliche Sondat. 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 In einem Land muss eine Regierung und Sondaten dieses Land beschädigen. In der Gemeinde, Gott hat auch eine Leiter oder Leiterin die Mitglieder anzuschauen. Und diese Leiter wurde genannt als Hierte. Pastor Rinda hat eine kurze Filme in YouTube angeschaut. Ich habe diese Filme nicht gesehen. In diesem Filme habe ich nicht gesehen. Aber im Filme wurde erzählen, dass sie zwei Gruppen haben. Also zwei Schaar von Schaaf. Und in dieser Bibliothek haben sie zwei Schaaf. Und wenn sie sich zusammen treffen, sie haben miteinander kommunizieren. Und während die beiden zusammen geschwärts, alle Schaaf sind zusammengekommen und alles gemisch. Und alle Schaaf sehen genau gleich aus. weil sie keinen Namen mehr so aufgehängt. Sie sehen genau gleich aus. Und eine Weile haben sie genug von Schwarz. Und sie haben sich getrennt und jeder kennt eine eigene Wege. Und sehr merkwürdig, dass die Schäufer, die Schäufer, die Schäufer sind. Ich bin so ein Mensch als ich neugläubig bin. Ich weiß in meinem Herz, wer meine Schäufer ist. Seit 30 Jahren, alle meine Schäufer, einige sind gestorben, weil sie so alt sind. Aber viele sind schäufer, und die Schäufer sind. Und viele sind verloren gegangen, also nicht mehr zu Gott. Aber in meiner Schäufer, fünf Jahre, sieben Jahre, Und jede Phase in meinem Leben, fünf Jahre oder sieben Jahre, in dieser Zeit, weiß ich genau, wer meine Schäufer war. Und ich bin immer in der Zeit, und ich habe von ihnen gelernt, und ich habe von ihnen gelernt. Und seit 30 Jahren, ich habe von verschiedenen Hirten gelernt. Manche sind gestorben. Wenn ich da bin, hier stehe, ich wurde trainiert von verschiedenen Hirten. und ich habe von ihnen gelernt, ich habe von ihnen gelernt, dass sie der Hirten gibt. Sie wissen, dass sie sich selbst nicht mehr über sie zu tun. Dass sie nicht mehr beugt sind, wenn sie einen Hirten gehört haben. Sie wissen, dass sie sich nicht mehr über sie zu tun. dass sie sich nicht mehr über sie zu tun. Aber es gehört euch nicht. Ihr könnt vielleicht so... Ruhe, Ruhe. Aber wenn dieses Kind nicht gehört, vielleicht muss man ihn wegnehmen. Aber als Mutter, als Frau, ihr könnt dieses Kind nicht zum Stuhl bringen und lernen, dass ihr das Kind nicht gehört habt. Weil dieses Kind nicht gehört zu eurem Kind ist. Ihr selbst, wenn du mit der Gemeinde vergleichst. Ich bin nicht mit anderen Mitglied, in anderen Gemeinden. Ich bin nicht mit der Einmischen. Manchmal wurde ich durch YouTube oder Facebook gefragt, von anderen Leuten, bitte gib mir ein Rat oder so. Also, wie ich diese Person beantwortet habe. Ich habe geschrieben, bitte, zu reden mit euren Pastor. Nicht meine Beier, oder nicht meine Flick, dass die anderen Mitglied zu einem Submission. Das ist kein Schaf, was Gott mir gegeben hat. Ich habe gesehen, dass die Kinder mit einem Schafen sind. Ich bin nur ein Schafen und die Menschen zu mir gekommen sind. Und will bei mir bleiben. Das ist nur ein Schafen und es sich vor uns zu bischen. Dann habe ich immer über 300 bis 400 Leute zu bekommen. Für mich war ein Schafen und ich bin nur um in Schafen. Ich bin immer ein Schafen und Ich bin immer so mit Menschen, die anderen, die nicht mitschleisten sind. Ich bin nur mit denen, die Menschen mit ihnen zu reden. Ich werde nicht mit ihnen mit ihnen geben oder begrüßt und einladen zum Ersten, aber ich werde nicht anders machen. Aber wenn sie mit ihnen machen wollen, ich habe keine Ahnung. Aber wenn sie etwas in Zünder geht, nicht mehr Pflicht, dass diese Person etwas zu sagen oder etwas zu machen. Aber wenn sie Probleme haben, das ist auch nicht meine Pflicht. Meine Pflicht ist, dass ich meine Schafe schauen. Diese Person bleibt nicht unter meiner Autorität. Egal was ich erzähl oder was ich lehre, sie werden auch nicht zuhören. Ich werde nicht mit anderen Menschen mit ihnen verifizieren. Ich werde nicht mit anderen Menschen mit ihnen verifizieren. Ich bin ein Mitglied in einer Gemeinde. Das zeigt, dass du mein geistlicher Vater bist. Das bedeutet, dass du mich ermahnen kannst. Ich habe das Recht, dass die Salbung Gottes über mich fließen lassen. Ich habe meine Eltern, dass ich zu uns in ThailandVELMEN gar nicht so schnell verifizieren muss. Was habt ihr schon einmal gehört? Phaar, Mäher nicht so zählen? Das wird man schimpfen. Deine Eltern haben dich nicht erzogen. Ich habe meine Eltern nur gesehen. Ich habe schon gesehen, dass manche Kinder rennen herum und machen etwas blöd oder unzinn. Erstens die Reaktion von anderen wird sagen, Oh, diese Kindheit ist schlecht, es ist nicht von guten Eltern. Die Christen, die nicht in der Gemeinde sind, ist genau wie Kinder ohne Eltern, sie zu erzielen. Oder wenn man in einer Gemeinde, die Christen, die nicht in der Gemeinde sind, sie zu erzielen. Sie lieben die Mitglieder nicht richtig wie Kinder. Sie lieben die Mitglieder nicht richtig wie Kinder. Sie lieben die Mitglieder nicht richtig wie Kinder. Diese Mitglieder werden aus in Situationen, die ohne Eltern, sie zu erzielen. Sie werden immer im Baby im Geist-Zo bleiben. Sie lieben die Mitglieder nicht. 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 Sie lieben die Mitglieder. 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 Wer ist ein Geistlicher Leiter? Die Thai-Leute sagen immer, ich stehe unter Herrlichkeit unserer König. Wenn Sie wissen, dass der Geist der Geist sehr wichtig ist. Ich hatte eine Pastor, in Amerika habe ich ein Buch geschrieben. Das Buch heißt, man steht unter dem Schuss von Geist. Ich schließe Sie durch den Geist. Wenn Sie in der Erde liegen, die wir auf dem Schuss werden, die wir unter dem Schuss sind. Die Wir werden auch so sein wie unsere Leiter. Wir werden auch so sein wie unser Leiter. Wissen Sie, wenn man so lange in unserer Gemeinde bleibt, man wird sich benennen wie Pastorin da, mehr und mehr. Nicht nur jeden Tag immer schöner. Und er wird auch so ein Charakter wie Arjanda. Das heißt geduldig ist. Bevor sie in die Kirche kommt, vielleicht war sie noch ein bisschen ungeduldig. Aber wenn diese Person kommt unter dem Dach von Arjanda, sie haben auch andere benehmen, sie werden auch ein bisschen lernen. Was über uns steht, wird herunter zu uns fließen. Unsere Eheleben ist so gut, wir lieben uns. Ich verwöhne mich immer zu meiner Frau. Ich verwöhne mich immer. Arjanda hat so gemacht. Und alle Männer in unserer Gemeinde müssen auch oder sollen auch ihre Ehen Frauen verwöhnen. Sie werden auch Charakter bekommen, genau wie ihr. Weil sie alle stehen unter dem Dach von mir. Ja. 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 Ich habe ihre Ehen mit dem Dach der Gehen. Ich habe eine Ska-Bung geoutet. Sie hat eine Ska-Bung gezwumt. Das Wunst hat mich immer zu. Ich bin Also einmal David wurde weggerannt von König Saúl. Also hatte die Leute in Nack geschaut. Die Leute wurden auch gut sondacht sein. Weil David hatte auch die andere Auflesen. Die Leute waren so wie Jesus. Die Bibel sagte auch, dass alle Jünger von Jesus alles getan haben, genau wie Jesus. Dass er handlegen, also kranken treiben oder dämonen treiben. Die Bibel sagte auch, warum sie bei Jesus sind? Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist eine große Gemeinde. Die Jugendliche und die Jud Vivieren der Würfüse sind. Die Glocke oder Pfastor hat Geld von der Gemeinde betrogen, und hat auch erhebt. Und die Männer, die unter ihm stehen, sind auch genau so. Es hat viele Scheidungen. Es hat auch sexuelle Beziehung zu anderen Mitgliedern. Es ist das auch selbst. Die Sünde von Leiter wird auch zu Mitgliedern herunterfließen. Darum ich muss immer aufpassen auf meine Leben. Habt ihr gemerkt, dass ich immer aufpassen, dass ich beziehung zu anderen Frauen habe? Ich bin nicht so nah zu einer anderen Frau. Ich bin nicht so nah zu einer anderen Frau. Ich bin nicht so nah zu einer anderen Frau. Ich bin so unfreulich. Ich muss mit der Frau ein bisschen weit wegstehen. Ich möchte uns umarmen, ein bisschen weit weg oder nicht so nahe. Ich möchte sehen, dass in unserer Gemeinde das Unterrhein-Side über diese Beziehung. Ich möchte eine gute Beispiele für alle Menschen in meiner Gemeinde. Der Hechte ist sehr wichtig, dass man gute Dinge von der Himmel herunterholt. Um eigene Mitglieder zu beschützen. Zusammenfassen. Das heißt, ihr müsst ganz klar sein, dass die Gemeinde die Gemeinde dazu gehört. Damit ihr dazu gehört. Das heißt, dass die Gemeinde die Gemeinde dazu gehört. Und die Gemeinde dazu gehört, dass die Gemeinde die Gemeinde dazu gehört. Und die Gemeinde muss auch klar sein, wenn er das Lernen oder das Lernen. Ich habe eine Gemeinde. Ich habe eine Beziehung für neue Mitglieder. Ich habe eine Beziehung für neue Mitglieder. Und die drei Monate, dass sie das Lernen gibt. Und ich weiß genau wer meine Mitglieder ist oder nicht. und ich habe eine Beziehung für neue Mitglieder. Ich habe eine Beziehung für viele Leute. Ich habe 24 Stunden in der ganzen Welt gebraucht. Ich muss erst meine Kindheit geben. Wenn nur ein Gast in meine Gemeinde kam, ich kann auch keine Telefonnummer geben. Wenn diese Person zehn Menschen in anderen Gemeinden gibt, dann muss diese Hilfe und diese Ratte von dieser eigenen Gemeinde verlangen. Stimmt das. Ihr müsst erst eure Kinder schauen. Your children are your priority. In Englisch sagt es, eure Kinder sind erst die Priorität. Gleichzeitig, jeder von euch, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Wir haben die Bestimmte Kräfte. Wir haben auch Bestimmte Geld. Wir haben alle Bestimmte Menge. Wir müssen, was wir haben für wichtigere Personen, zum Beispiel unsere Kinder. Das ist gerecht. Wenn ich die Zeit mehr verbringen oder brauchen, für die anderen zu schauen, das ist nicht gerecht für meine eigenen Kinder. In der Gemeinde, ich genau wie eine Familie. Das ist auch die Welt. Eine Frau, vielen von euch, das muss sein. Für alle, alle haben alle Kinder. ihr eigener Kinder. Die Frau, deine Frau, ihr eigener Kind. In der Familie, wir sehen uns selbst. Wir sehen uns selbst. In der Stähne, das ist das Projekt. Das ist das Wichtigste. Das ist die Möglichkeit, vor Gott. Wenn wir das machen, dann wird es gut gehen, wird es gedeiht. Jeder muss mit eigener Pflicht machen. Alle Mitglieder werden auch gesegnet. Wir haben die Pflicht und die Pflicht. Wir haben die Pflicht. Wir müssen die Pflicht und wenn sie alle sind. Sollte Sitzungen und Konferenzen sind offen für alle. Wir glauben, dass wir die anderen auch Segen geben. Aber wenn wir nach unten gehen, dann können wir die Zeit geben. Natürlich, für persönliche Zeit oder etwas Rath geben, ich muss erst meine eigenen Mitglieder geben, weil ich eine bestimmte Zeit habe. Die Klarheit ist wichtig. Warum müssen wir heiraten? Pram, 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 Pram... Pram, Pram, Pram... Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Warum müssen wir heiraten? Das ist für die Klarheit. Damit man weiß, wer gehört zu wem. Wer ist meine Ehemann? Wer ist meine Ehemann? muss ganz klar sein. In der Gemeinde muss auch klar sein. Natürlich, wir leben alle Gemeinde. Wir leben alle Christen. Wir kommen hierher zusammen. Wir leben alle. Ja. Wir wollen alles. Wir wollen alle Verwandte. Wir kommen zu Ihnen auf die WDR. Aber wenn wir um Ergarten zu finden. Wir geben erst eine Chance für meine eigenen Kinder. Damit meine eigenen Kinder beste Chance bekommen. Aber wenn Gott in euer Herz arbeitet, ich möchte euch einladen, in meine Familie zu kommen. Die Familie, die an Reinhheit glaubt, und Gottes Wörter glaubt, und auch Feuer Gottes glaubt, und wir werden zusammengehen, wir werden unser Leben aufbauen, um Geistlich zu wachsen. Wir werden zusammen kämpfen, bringen viele Menschen zu Gott, denn wir werden unsere geistlichen Kinder trainieren, ich werde euch trainieren, dass ihr eine neue Gläufe erst weiter trainieren, dass wenn sie nachher kommen, wir arbeiten im Team, wir helfen Gottes Werk zu erfolgen. Ich hoffe, dass meine Brüder und Schwester die Bibel besser verstehen. Meine Brüder und Schwester, es hat so viele Thailänder, die in der Schweiz sind und nicht gläubig sind. Wenn wir mit uns helfen, wenn wir uns helfen, wenn wir uns helfen, ich glaube, wir werden noch viel mehr Thailänder, zu glauben kommen. Und wenn wir mit uns helfen, wir werden noch viel mehr Thailänder, zu glauben kommen. wie wir sind. Wenn wir in der Gemeinde leben, es gibt so viele Nationalität und Kultur. Es ist sehr gut. Wenn wir in der Gemeinde leben, es gibt so viele Nationalität und Kultur. Es ist sehr gut. Zum Beispiel, die Schweizer sind sehr Pünktlich. Sie machen alles so ordentlich. Sie müssen alles aufbauen. Sie müssen alles aufbauen. Sie werden direkt aussprechen. Ich respektiere die Kultur des Schweizer sehr. Wenn Schweizer in unserer Gemeinde sind, natürlich werden sie uns helfen, dass wir pünktlich sind. Dass wir auch alles aufessen. sagen. Sie können direkt aussprechen. Sie können direkt aussprechen. wenn wir Gott lieben, wir haben wirklich so emotional. Ich kann mich noch so gut erinnern uns, Robert zuerst uns, kommunist. Er hat nie gelegtelt. Er singt. Er hat gesungen so ohne Gefühl. Er singt. Er hat gesungen so ohne Gefühl. Er hat gesungen. 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 Mit der Weikere Hand. Meine Brüder, meine Schwester, wenn wir zusammen sind, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen eine Gemeinde aufbauen, die mit Thai-Leute und Schweizer bleiben. Keine Chance für Satan, dass wir uns trennen oder streiten. Ich möchte das letzte Wort sagen. Meine Brüder, meine Schwester, ich möchte sagen, ich habe gemerkt, wir werden uns noch mehr leben nach dem Streit. In der Gemeinde, man kann nicht vermeiden Verstreit. Weil wir von verschiedenen Familien kommen, und wir haben andere Meinungen haben. Man kommt von Nord-Ostern Thailand. Man kommt von Nord-Ostern Thailand. Man kommt von Nord-Thai-Land. Man kommt von Nord-Thai-Land. Man kommt von Bangkok. Dass man sein kann nicht noch nicht wissen. Wir haben keineocadoación, und wir haben dazu keine Ü Diane gewinnen. Man kann von Nord-God zu gemeinsam sein. Man muss nationalver dagen, chúng haben alleários HIV kennen! Man muss werd Muskelzimmern. Man muss sich als auch Gleiche zu erinnern. Man muss sich zusammen heft damit. Wenn wir diese Streit oder diese Problemen durchgehen können, wir werden uns nicht mehr lieben. Amen. Wir sollen uns gegenseitig geduld haben. O Vater, wir bedanken dir, dass du uns gelehrt hast, dass wir im Geist aufwachsen sollen, dass wir verstehen mit deinem Weg. Wir wollen die Christen sein, die dich verstehen. Wir bedanken dir die Heilige Geist, dass du uns gelehrt hast, durch den Mund unserer Pastor. Wir bedanken dir diese Gemeinde aufbauen, zu erfüllen mit Liebe, voll mit Wahrheit, mit Rheihheit, und Macht, Gnade, und Feuer Gottes, in der Schweiz, in Deutschland, und der ganzen Welt. Wir bedanken uns, durch die Heilige Geist zu bauen. Wir bedanken uns, Wir wollen nicht nur in der Gemeinde gehen und sitzen auf der Stuhl, und wir wollen nicht nur in der Stadt zu bauen. Wir wollen eine Person, die das Haus mitbauen. Wir bedanken uns, mit meinen Geschwistern. Hilf uns bitte, dass wir uns selbst sterben, und unsere eigene Agenda versuchen. Wir bedanken uns, dass wir unsere eigene Agenda versuchen. oder die Heilige Geist zu bauen. Und wir werden nach deinem Agenda, und nach deinen Worten, nachlaufen. In Namen der Jesus. Amen. Amen. Halleluja. 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 Geist mar Lebens Spl gasps. Wir beden uns, aufg Halleluja. Wie ist Kinder? Wir beden uns, die haben wir. Schmerzt drin? Guten Tag mit Tag. Ich möchte euch ermutigen von der Gabe Gottes, als ich Christin geworden bin, Sender oder etwas spezielles Einkommen, was ich bekomme. In Bibel, in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Wenn wir Gott etwas ausleihen, er wird uns viel mehr zurückgeben, als wir denken können, dass es passiert oder ihr habt geschehen in meinem Leben. Ich wünsche euch, dass diese Bibelverse in eurem Leben wirklich geschehen. Dass wir unsere Schatz im Himmel zusammenbringen, aber nicht in dieser Welt. Bitte leben für Gottes Reich. Danke. Matthäus 6, Vers 19. Danke. 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 mir sicher, dass ihr die himmerische Nahrung durch dieses Video erhalten habt und dass Gott euch Kraft und Salbung schenkt und euch auf euren Weg begleitet. Bitte den nächsten Teil folgen.